Hallöchen, Tag 7 der Plank Challenge. Wir starten heute in der hohen Plank. Achtung und starten. Unsere 20 Sekunden zunächst. Noch 10. 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Jetzt in die Tiefe. 20 Sekunden. Achtung und los geht's. Noch 10. Und einmal stopp. Jetzt sind wir wieder in der hohen. Wir schwingen im Wechsel den Arm einmal vor und rück. Dann den anderen Arm. Achtung und los. Schwingen vor, rück, abstellen. Vor, rück, abstellen. Noch 8 Sekunden. Und einmal Pause. Sehr gut. Und die Tiefe Plank, da heben wir jetzt immer den Po an und senken ihn wieder ab. Achtung und los. Butt raise und down. Hoch ausatmen, unter einatmen. Ganz viel Bauchspannung. Noch 8 Sekunden. Und das ist also geschafft. Jetzt gehen wir in die Länge. Heute 1 Minute 25. Wir starten oben. Achtung und los. 5 Sekunden länger als gestern. So, das waren jetzt 20 Sekunden. Noch 1 Minute 5. Ich sag wieder schön die Zeit an, damit ihr euch drauf einstellen könnt. Noch 50 Sekunden. Und noch 40. Zeit läuft runter. Komm, versuch dich so richtig schön anzuspannen. Halbe Minute noch. Noch 20 Sekunden. Gleich geschafft. Dann noch einmal Tiefe und dann sind wir fertig. 15. Und die letzten 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und runter. Sehr gut. 10 Sekunden Pause. Und dann gehen wir in die Tiefe-Variante. Achtung. Nochmal richtig schön Körperspannung. Und los. Hier 1, 25 halten. Schön die Knie gestreckt. Bauch fest. Schulter über dem Ellenbogen. Und nochmal 1 Minute dazu. 25 Sekunden sind weg. Und dann gehen wir in die Tiefe-Variante. Und dann gehen wir in die Tiefe-Variante. Gleichmäßig weiter atmen. Durch die Nase ein. Durch den Mund ausatmen. 45 Sekunden noch. Haben schon mehr als die Hälfte. Weit mehr als die Hälfte. Jetzt sind es nur noch eine halbe Minute. Komm. Bleib dran. Die letzten 20 Sekunden. Hier läuft so ein blauer Strich ab auf der Uhr. Und der ist jetzt schon ganz klein. Und die letzten 12. 12. 8. 6. 4. 3. 2. 1. Und geschafft. Super. Yes. Sehr gut. Eine Woche schon geschafft. 1.